So Freunde, ihr fragt euch sicherlich, wieso starten wir jetzt diesmal mitten in einer Mission? Tja, das kann ich euch leider auch nicht beantworten, das muss euch das Spiel beantworten, weil das Spiel meinte mich letztes Mal verarschen zu müssen. Denn, ja, es war einfach ein Fehler und ich konnte nicht weiterspielen. Das ist nicht abgeschützt oder so. Aber da, das Motor, was jetzt sich dort vorne befindet, diese Kackwurst, die, äh, war irgendwie an der Wand und ich bin dazwischen gesprungen und kam dann nicht mehr weg. Und das war echt super nervig. Dann hab ich mir gedacht, das erspare ich euch den Weg dahin. Und wir haben jetzt, äh, äh, 25 Leute kaputt gemacht. Ich hab keine Ahnung, wie viel es letztes Mal waren. Ich hab jetzt auch nicht geguckt, ob die Stimme richtig aufgenommen wird und so, keine Ahnung. Das ist jetzt einfach alles spontan. Ich wollte heute eigentlich auch gar nicht aufnehmen. Aber da ich morgen beruflich weg muss, äh, hab ich mir gedacht, komm, nimmst noch ein paar Personen auf. So, okay, ähm, ja, ist halt die Mission hier mit, äh, von wegen hier Widerstandskämpfern und so und das musste ich leider einsammeln. Ich wollte es noch gar nicht einsammeln. Jo. Also, eigentlich packst du mich so in der letzten Episode. Und durch diesen Durchgang kam ich nämlich gar nicht. Und ich bin gespannt, was mich hier hinten erwartet. Bestimmt ein paar Deutsche. Oder ein Motorrad. Nee, das Motorrad war das, was mich kaputt gemacht hat. Check. Stirb. Ich hab jetzt irgendwas getötet. Der hat eine Granate nach hinten weggeworfen. Ziemlich stylisch. Stirb. Ja, sehr gut, sehr gut. So kann man doch arbeiten. So, jetzt bist du mir auch nicht im Weg und ich will nicht an dir festhängen. Ach, scheiße, schon wieder in der G-Einsammlung. Fuck. Okay, es gibt hier wieder zigtausend Möglichkeiten, wo ich langgehen kann. Um genau zu sein, sind es zwei. Aber das überforderte mich schon. Und das ist doch schlimm. Gehen wir mal hier lang. Ah, oh, Freund. Ich hab den Typen ganz am Anfang übrigens am Leben gelassen dieses Mal. Waren versehen. Ich wollte schon wieder übelst darauf losballern. Aber da hab ich mir gedacht, Moment. Ich hab gestern die letzte Aufnahme gemacht. So schlecht ist mein Gehirn auch nicht. Ich hab übrigens was bei Amazon bestellt. Es wurde heute geliefert und ich hab meinen Kollegen geballert. Und, ähm... Ja, in diesem Paket war nicht nur das, was ich bestellt hab, sondern es war auch ein Haartonicum drin. Für Haare ab 40. Bin ich so alt? Klinge ich so alt? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass ich es nicht bin. Aber... Ist eigentlich ja nur nett gedacht. Das war ja gratis dazu. Aber irgendwie... Hat es mir dann doch schon ganz schön zu denken gegeben. Komm, jetzt kommen ganz viele Leute. Oder? Der hätte jetzt Bock drauf, so ein paar Leute hier. Ach, komm. Was ist das denn hier überhaupt? Eine Lampe. Laterne. Was? Das Lied im Hintergrund hab ich grad übrigens ein bisschen zugehört, weil ich meine nervige Stimme selbst nicht gehört hab. Ähm, als ich grad hierhin bis hierhin gezockt hab. Ähm... Die singt Deutsch. Die Frau. Ist zwar super scheiße, das Lied, aber... Die singt Deutsch. Also als Hintergrund-Info. Boom. Oh, hab ich wieder einen Kollegen von mir... Ach, Mann. Ich stehe da auch immer im Weg, ey. Okay. Gut. Da oben musst du doch eigentlich auf... Aua! Ah! Boah, sau ey, ein feiges Stück. Echt. Von wo denn? Dach? Ne, bin ich grad irgendwie blind. Also ich seh heut wenigstens was. Aber irgendwie sich trotzdem nix... Alter. Da! Das ist aber fies. Oh mein Gott. Wie viel Energie hat der mir denn abgezogen? Ach, du Scheiße. Boah, ich brauch noch ganz viel Energie. Äh... Äh... Ich hab Angst. Ah! Jetzt erscheint es wieder oben. Drecksau. Gib mir Energie. So viel es mir geht. Ach, verdammt mich. Ist ja sonst noch irgendwo... ...wär jemand... ...irgendwo wär jemand, genau. Das sieht jetzt grad nicht danach aus. Okay. Da oben! Ey, wie böse! Die würde ich alle übersehen, wenn ich jetzt hier nicht nochmal so... ...penetrant, nervig nachgucken würde. Äh... Ich... Mir wirkt grad ein bisschen schlecht, weil ich mich die ganze Zeit im Kreis drehe. Aber es liegt nur der Sicherheit. Okay. Sehr gut, ich glaub, das war's jetzt hier. Und ich brauch ganz dringend Energie, verdammt. Okay, da ist keiner drin. Das freut mich. Was ist das? Ah, Energie. Was ist schön. Zwar nicht viel, aber... ...besserer als nix. Können wir schon. Steh auf. Bick dich! Oh, okay, Freund. Auch da ist bestimmt die letzte Barrikade. Richtig. Jetzt müssen wir es da ein Deutscher. Und da ist noch ein Deutscher. Da oben. Da geh ich noch nicht lang. Das ist hier noch irgendwas für mich. Ja, ein nützloser Gang. Komm, auf in den Tod. Freund Franzose. Äh. Äh. Scheiß, ich muss rumrum. Ah, hier kann man rein. Das ist doch schön. Ist das hier nicht? Was, Freund oder Freund. Ui, 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 ui. Okay. Jetzt müssen mal wieder drüber klettern. Er hat wohl kein Lust. Kann die auch verstehen. Zau doch mal da ab. Muss ich, muss ich dich schon wieder töten? sie bleibt aber auch einfach nur da stehen okay jetzt läuft der irgendwie nicht weg oh ich sehe ich von hier schon da, da sich doch was stirbt und du auch okay das war auch schön guck mal noch welche okay das sieht nicht so aus das ist ein bisschen hier lang also erstmal rüber gehen ah ich weiß es nicht ich geh jetzt mal rüber, komm okay da gibt's keine rüber gut der Gun kann nicht einfach nur für nichts da sein ich muss da leider nochmal hoch, tut mir leid ich hab euch die erste Hälfte des Levels erspart und deswegen darf ich jetzt ein bisschen rumprobieren als Belohnung ähm ich hoffe einfach mal dass da Energie ist äh alter boah macht boah ich hasse das wenn die so oh tolle Munition ich wollte Energie haben verdammt komm so okay sieht nach einer dritten Barrikade aus wenn hier so komische Möbelstücke rumliegen oh Munition ah Energie oh ich hab Angst geh mal vor geh mal vor komm schon sag mal was da ist ich hab Angst ich hab Angst ach okay da ist niemand da oben da kommt gleich sowieso wieder einer raus da schießt mir dann in den Hinterkopf ah komm schon trau dich feiges Schwein ach scheiß drauf okay okay rot ist meist kein gutes Zeichen rot ist für mich immer so blutmäßig oh schön Energie und Molotow Burgseels Aua brauche ich noch für die nächste Mission ich wollte die Tür auch nicht öffnen äh okay ich lass die Energie mit Absicht da liegen ich werde es wahrscheinlich bereuen weil ich jetzt hier sterben werde und dann sagt oh hätte ich mal die Energie mitgenommen einfach mal direkt in die Kneipe reinballern das ist alles böse Menschennot okay bene aber auch mich zu beschießen hat adition ich habe die also hier drüben stehe Foto aber auch wo auch wo 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 ich sage jetzt vor die entgegenzügliche die so wie die neue ich zu schüllen das ist schon sehr gegeben stück mir so nicht die ganze Zeit mit Ja, ich hab grad wieder gegessen. So, jetzt sammle ich erstmal hier die Energie ein. Boom. Ai, ai, ai. Äh, okay. Ja gut, dann ist nicht mehr viel, was ich machen muss. Das ist schön. Ich schätze mal, wir sind aber hier auch kurz vorm Ende. Ich hoffe es eigentlich. Okay. Nein, 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 nein. Nicht quit, nicht quit. Okay, das sind nicht meine Schüsse. Okay, da kann ich runter. Komm ich auch runter. Macht doch sowas nicht mit mir, Spielemacher, ey. Ich hasse euch. Ich weiß ganz genau, dass mich sowas überfordert. Och, okay. Noch mehr Energie, das ist gut. Au. Ach. Sonst noch irgendwo jemand, der mich wieder von oben töten möchte. Ich bin da super feige eigentlich. Art. Oh, shit. Ich bin da. Hier. Vielen Dank.